Grabkammer der Spinnenkönigin Die 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 Spinnenkönigin Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, ich werde einen Tank nehmen müssen Diablo Wir haben keinen Spezi, ne? Ja doch, Gaslo, Gaslo Meine Klingen gehören euch Ja doch, Gaslo, Gaslo Wir müssen uns anpassen Boah, Rang 1 Waller Mit Rang 35 Morales Can you play this hero? Nein Also ich glaube nach wie vor Takedown Gibt Essenz Ist besser Als Möpse geben Essenz Selbst auf der Karte Aber ganz so sicher bin ich mir nicht Ich stelle mir halt immer ein Teamfight vor Bumm Einer fällt Die Waller oder so Ich krieg 25 Essenz Bumm Kann ich mich nochmal heilen So stelle ich mir das vor Und dann lebe ich halt ein Teamfight länger Die Schlacht beginnt bald Die Schlacht erwartet uns Ich hoffe ihr seid bereit Ihre Essenz wird bald mir gehören Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Mit für sie alle Lieder Tja Eskira 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 Ach man, warum pusht der den weg? Ich will immer aufmountain. Eine Oh, ist nicht so gut. Ich mach Dienergewehren mehr als Sense, bisher ist ja noch keiner gestorben. Und auf der Map. Das Ryder war ein bisschen spät oben leider. Die Hilfe hätten wir gut gebrauchen können. Die Hilfe hätten wir gut gebrauchen. Scheiße. Ah, da lassen sie sich holen. Oh, so low, Alter. Ja, hey, ho. Oh. 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 Yeah, Institut. Oh. 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 Ah, machen die Tower weniger Schaden oder was? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Ich glaube, ich mache das hier mit der Range. Ja, wir müssen es sehen werden. Ich glaube, ich mache das hier mit der Range. Ich bin nur im Stun gewesen. Boah, der Rega ist richtig gut, ey. Ich meine, ich habe noch meinen D gehabt, aber... Ich glaube, ich habe noch meinen Dach. 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 Oh, 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 da wird unser Thrall abgeholt. Da wird er abgeholt. Da wird er abgeholt. Ich glaube, ich habe noch meinen Dach. Das war's für heute. Ah Das ist nicht gut Essence, bitte. Essence. Oh Mann, ich bin so schlecht. Das war echt bad, ne? Essence, glaube ich. Oh Gott, bin ich schlecht, Alter. Komm schon. Na, das war gar nichts. Ihr seid zu spät. Jetzt werdet ihr meines Horns nirven. Was war denn das? Verteidigt euch oder sterbt. Nicht kümmerle. Wir haben nicht genug Schaden irgendwie. Ach, scheiße. Ich bin schaden. Also, ein bisschen Schaden. Schaden. Dann. Ein bisschen Schaden. Ne? Ich bin schaden. Ich bin schaden. ilsibird die biomedical placement. guests? Da, ich bin schaden. Ich bin schaden. Ich bin schaden. Illidan Ban habe ich auch gar nicht verstanden auf der Karte, warum Zul und Zagara sind die Probleme und wir haben keinen Zul und die Gegner haben eine Zagara und da sieht man schon wieder, was hier abgeht also ich muss ehrlich sagen es ist echt nicht einfach hier die Sachen zu timen Alter das slow, ne von uns ist einer gestorben von denen nicht, echt? oh man das kann ich echt nicht glauben wie schlecht das einfach läuft und ich treffe einfach nicht erhöht die Reichweite vom Ranziehen normalerweise mache ich das mit dem Verlangsamen habe ich ein Quickmatch immer gemacht aber ich komme einfach nicht ran normalerweise auch mit Zral und Li Ming da müsste eigentlich was geben aber es wird nichts abgeholt ich hasse das auch wenn ich kein DD spiele ich hasse das einfach naja jetzt ist ja der Drag ein bisschen mehr im Range come das ist ja der Klip der Drag ein bisschen mehr im הב�ont dann mal ich kann nicht sagen ich kann mich auf 발생anz da noch mehr Bad idea, ne? Oh, man! Ja, nice tank. Ich bin's jetzt schuld. Ich bin's jetzt schuld. Ich bin's jetzt schuld. Metallige Spinnen können ich nicht sehen. Bring die Juwelen der Macht an meinen Altar. Ja, die haben den Tank, äh, den Tanks eigentlich, den, ähm, was gehört. Ja, die, 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 die. Ja, das war's. Alter, was macht die Li Ming, Junge? Ein enttäuschendes Ende. In der Tat. Oh, Mann. Ja, ich war nicht wirklich gut, das mag sein. Trage ich auf jeden Fall eine Mitschuld. Aber, die Li Ming hat keinen einzigen abgeholt. Und den Schaden, den hat sie jetzt kurz vor Ende gemacht, die ganze Zeit war der Thryl vorne, der übrigens fünfmal gestorben ist. Äh, ja, Thryl, Rega waren gut, also waren okay auf jeden Fall. Und der Gazelow von dem kann ich nichts sagen, den hab ich kaum gesehen. Und ich fand den jetzt auch nicht so geil. Aber wie gesagt, den Gazelow hab ich kaum gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Der Thryl war gut, der Rega war gut, aber unsere Li Ming war nicht gut. Und die hat auch, meiner Meinung nach, Müll geskillt. Man kann nicht auf Orb skillen auf der Spinnenkarte. Das ist einfach totaler Crap. Dann lieber auf Blink oder auf Missiles, aber nicht auf Orb. Nicht auf der Spinnenkarte. Und selbst wenn, warum holt sie keinen einzigen ab? Einfach schlecht. Peace out.